Wir starten da, der läuft noch nicht. So, ihr müsst jetzt laufen und ich will euch jetzt einmal zeigen, was komplexes Denken bedeutet. Das heißt, du wirst mir erst geistig folgen können, wenn die Grundlagen von Holofeeling da sind. Geistig folgen, habe ich jetzt bewusst gesagt, und darum ist es zuerst einmal wichtig, dass ich immer wieder sage, bleib auf dieser Ebene, die ich direkt anspreche, die hundertprozentig sicher ist. Selbst dieser Satz ist für einen Menschen, der nicht weiß, was 100% Sicherheit bedeutet, hundertprozentig sicher ist das, was ich hier und jetzt sofort überprüfen kann. Und überprüfen kann ich bloß das, was hier und jetzt unmittelbar als Information vorliegt. Und wenn ich jetzt Erdkugel sage, dann ist die Information bloß das Geräusch Erdkugel, aber bloß für den Moment, wo Erdkugel das Geräusch da ist und dann kommen nämlich schon wieder die nächsten Geräusche, weil jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass jetzt ein Film läuft, eine Aufzeichnung. AUB ist eine Zeichnung. Dann muss dir klar sein, dass all die Bilder, die jetzt in einem ständigen Wechseln hier und jetzt in dir aufblitzen auf dem Bildschirm, auf der tiefen Ebene alle gleichzeitig da sind. Die tiefere Ebene ist die Ebene der Ewigkeit. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, dass da irgendwie was chronologisch zeitlich abläuft von A nach B, das ist die erste große Falle. Dass sich Sterne da oben am Himmel bewegen, dass die auch dann da oben sind, wenn wir nicht dran denken, wenn wir sie nicht anschauen. Das ist zwar alles unheimlich logisch, wenn du so programmiert bist, das ist aber nicht hundertprozentig sicher, sondern das sind nur logische Konstrukte. Bei Holofeeling handelt es sich um das, was hundertprozentig sicher wirklich ist und nicht irgendwelche logische Konstrukte. Das sind Märchengeschichten. Und wir hatten ja jetzt den Stern von Bethlehem. Diese Konjunktion zwischen Jupiter, ein ganz wichtiges Datum angeblich in der Esoterik und im Saturn. Und ich will jetzt nochmal drei Sachen verknüpfen über eine Zeitspanne von drei Jahren. Und zwar springen wir in den Weißenburg-Vortrag von 2017 in den achten Teil rein. Da war auch eine ganz außergewöhnliche Konjunktion, Geburtstag vom Jan, von der Ariane, wenn die euch erinnert. Ja. Dann springen wir in das letzte oder vorletzte Selbstgespräch rein, wo ich den Loverpunkt mit der Suppe, mit dem Salzpunkt, mit der Fensterscheibe erkläre. Dann springen wir rein, lasst euch einfach mal überraschen und ihr werdet feststellen, da für mich alles gleichzeitig da ist, dass ich ein Prinzip erkläre auf verschiedene Art und Weisen über einen Zeitraum für dich chronologisch gedacht von über viele Jahre verstreut. Von mir aus gesehen und mit mir meine ich jetzt nicht den Udo, den du dir ausdenkst, denke ich sogar über Jahrtausende. Dass ganz einfache Sätze, die eigentlich auf dem Programm von zum Beispiel christlichen Menschen drauf sind, dass die überhaupt nicht verstanden werden, was die Metapher eigentlich bedeutet. Man hat mir beigebracht, in meinen Schwamm ist es Wissen, dass Jesus angeblich einmal gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, war ich. Gut, das ist jetzt eine ganz klare Aussage. Ich definiere das einmal so, der Abraham, das Wort Abraham, diesen Erzvater, den wir uns jetzt ausdenken, ist eigentlich die Grundlage, der Stammvater, darwinistisch logisch gedacht, chronologisch, darwinistisch, chronologisch logisch gedacht, ist das der Stammvater für die Juden, die Christen und die Moslems. Die entspringen nämlich alle aus dem Samen Abrahams. Wenn man aber nicht mehr chronologisch denkt, sondern im Jetzt, das sagt Jesus letztendlich, ehe ein Abraham da war, bin ich, weil wenn ich mir einen Abraham hier und jetzt nicht ausdenke, existiert kein Abraham. Ein Vorher hat es sowieso nie gegeben. Ich, UB, sage dir jetzt, ehe er ein Jesus war, bin ich. Wenn ich mir keinen Jesus ausdenke, dann ist auch keine Information Jesus da, in der Vergangenheit hat es sowieso keine Informationen gegeben, weil alles, was in mir geist auftaucht, daft hier und jetzt in mir auf, und zwar abstammend aus einer Riesenkollektion, in der sich alles befindet, die mir UB 86 LHM nennen, der immer ist. So, und jetzt kommt das Wesentliche, den Schuh, was du dir anziehen müssen. Ehe ein Udo Böttcher existiert hat, hast du existiert. Jetzt mache ich es so. Weil der, der jetzt existiert, den wir uns ausdenken, den ich du nenne, den meine ich damit eigentlich nicht. Das müssen wir jetzt rot schreiben. Dir muss klar sein, du warst schon da, rot geschrieben, geschlossene Schöpfung, bevor in dir ein Udo Böttcher aufgetaucht ist. Und du warst auch schon da, in der geschlossenen Schöpfung, bevor der in dir aufgetaucht ist, mit dem du dich bisher, bis hierher, bis zu diesem Zeitpunkt verwechselt hast. Ja. Das war dieses kleine Short-Up, das ich immer grabe mit der Arroganz. Ich müsste es fast schnell einspielen und dann fange ich gleich lückenlos an, weil das eine relativ kurze Sache ist aus einem der letzten Selbstgespräche. das wiederholen wir nochmal. Jetzt muss ich zuerst einmal den Bildschirm mit Ton teilen und dann springe ich da mal schnell rüber. Das ist diese Stelle, schauen wir uns das einmal schnell an. Die Gedenken ist unendlich trügerisch. Das ist nur die Gesetze. Und ich würde mal Beispiele bringen, dass wirklich, man kann es nicht oft genug hören, die einfachsten Sätze, diese Rechthaubereien bei Menschen, die wir uns ausdenken, sind immer noch ein Spiegelbild der eigenen Rechthaubereien. Die Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters. Dein Charakter ist dein Schwamminhalt. Das Programm ist deine Logik, ist dein Intellekt. Immer an die Computermeldungen. Da gibt es nichts zu diskutieren, wenn ich das immer wieder sage. Ich kriege Briefe von Leuten, die mich absauen. Die mich als egoistisch, als arrogant, ich meine jetzt den Udo, den du dir ausdenkst, definieren. Und ich sage, jeder Mensch, den du dir denkst, der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Der ist, wenn du ihn denkst, und er ist genauso, wie du ihn dir ausdenkst. Aber ich sage jetzt als Udo, er soll mir eine einzige Stelle zeigen, irgendein Selbstgespräch, wo ich egoistisch bin. Es ist also definitiv, ich sage immer wieder, ich bin ein Gedanke, den du jetzt denkst, und für dich bin ich so, wie du mich ausdenkst. Das ist fast auf jeden Selbstgespräch drauf. Und alles, was ich dir jetzt erkläre, ist nicht das Wissen dieses Gedankens, sondern das Wissen dessen, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und wenn das nicht ankommt, ist derjenige, den ich mir jetzt denke, wirklich nur ein Gedanke, und von dem erwarte ich das nicht, dass er mich versteht. Ich erkläre es dem, der mich ausdenkt, und nicht irgendeinen Gedanken, den ich mir denke. Sobald ich mir jetzt aber einen ausdenke, der mich ausdenkt, ist das der Gedanke von mir. Lass das auf dich wirken, wenn nicht spürst du zurück und hörst das nochmal ein paar Mal an. Wenn dann immer wieder ist diese intellektuelle Hirnwixerei, wie ich das nenne, der Intellekt, ich sage, es gibt zwei Seiten. Es gibt einen rein geistigen Bereich, wo ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Deine Gedanken wird es ohne dich nicht geben. Und darüber gibt es nichts zu diskutieren. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Okay? Ja. Das ist eine Grunderkenntnis. Und das ist von materialistisch-religiösen Menschen schon weg. Das heißt, die Figuren, die in die auftauchen, das tiefgräubige Materialisten sind, und dazu gehören für mich auch, wie gesagt, religiöse Menschen oder Esoteriker. Die Esoteriker, die ihre Müsli-Scheiße reinfressen, dass an ihren heiligen Körper nichts hinkommt. Wenn sie Geist sind, sind sie Geist und haben sie kein Problem, wenn sich der Körper auflöst. Das heißt, in dem Moment, wo ich an etwas nicht denke, löst es sich auf. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt springen wir hier erst einmal rein. Als erstes, ich muss jetzt ganz kurz diese Wiederholungen machen. Lass dich überraschen, das ist es wert. Ich verknüpfe jetzt drei Jahre Bilder mit verschiedenen Metaphern in eine vollkommen eigene, tiefere Schicht. Wir machen ganz kurz die Sache mit der Suppe, wo ich sage, du hast einen Lover-Bung, du hast ein System, irgendein System hat systemrelevante Parameter und dann mache ich ein simple Beispiel mit einer Suppe. Eine Suppe ohne Salz ist keine Suppe. Da muss zu einer klassischen Suppe ja wieder Salz mit rein. Und wenn wir den Salzgehalt steigern, schmeckt es und dann wird es irgendwann versalzen. Ich sage immer, dann wird es toxisch. Und jetzt hören wir uns ganz kurz die Stelle nochmal an, hier aus dem Selbstgespräch, wo ich das erkläre in Bezug auf Fenster. Man macht das Glörr und die Glasscheibe zerspüren. Interessant, eine ganz komische Dreiege in der Regel. Achtet erst einmal auf die Dreiege, die Glasscheibe zerspringt in Dreiege. Wenn du jetzt nicht mitkommst, such dir die Selbstgespräche und hör dir das ganz an und dann weißt du, worum es eigentlich geht. Das ist was von den Kommentaren. Ja, ja, stimmt. Die Glasscheibe zerspringt in Dreiege, die Dreiege. Jetzt können wir die erhöhen, erhöhen die Geschwindigkeit. Wir haben ein neues System, die Glasscheibe macht Glörr und zerspringt. Zerspringen, SPR, ringen. Da haben wir das Volumen in Dreiege. Das wäre jetzt jedes Wort in dem Kontext interessiert, sich mit Holofeeling genauer anzuschauen. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo es versalzen wird. Das heißt aber, eine Geschwindigkeit kippt es wieder in ein neues System. Das heißt also, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit von dem Geschoss, von dem Stein erhöhen, zerspringt die Glasscheibe nicht mehr in Dreiege. Das wäre jetzt, wie wenn die Suppe versalzen ist, gibt es ein neues System. Es macht nicht mehr Glörr, sondern es macht bloß noch Tock. Die Glasscheibe bleibt ganz, aber plötzlich erscheint in der Glasscheibe ein kleines Loch. So, das ist jetzt die entscheidende Stelle. Merkt ihr das, was ich gerade gesagt habe, mit den Dreiecken? Und es erscheint ein kleines Loch. Und ich sage dann gleich noch dazu, dass das Loch ja auch, zuerst einmal das Jet, die lebensfrische ist, da habe ich darauf hingewiesen. Frische die Lebenskraft. Und wenn wir jetzt das Waffen noch dazwischen schieben in dem Loch, dann kriegst du die Tafel. Das habe ich auch gesagt hier, das ist normalerweise, ist es eine Tafel, da steht jetzt auch eine Platte, eine Planke. Wichtig ist dieses Bella, im Hebräischen ist es, das ist einmal ein Wunder. Das ist uns alle frückwärts gelesen. Okay? Ja. Wissen wir Geist ja. Ja. Was jetzt hier aber ganz eigenartig ist, wo das was ungewöhnlich ist, im Wunder steckt die Wunde mit drin. Eine Wunde, die berechnet wird. Da steckt das Wort Wunde, woher, woher kommt das, was du berechnet wirst? Das griechische Wort für Wunde, wiederum, da müssen wir jetzt gleich reinspringen. Da machen wir jetzt erst einmal, das ist Trauma, der Traum, die Traumschöpfung. 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 Wenn du zum Träumen anfängst, du bist immer, zerreißt du deine Oberfläche. Du schmeißt Gedankenwellen auf und das sind deine Wunde, aber jede dieser Gedankenwellen, jeder Augenblick, den du zu sehen bekommst, ist ein Wunder. Das ist eine Traumschöpfung. Hm. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Was jetzt natürlich, das auch vom Schiffe, Ski, das Geschenk von zwei Facetten, Wellenberg und Wellental. Und das ist ja bella. Jetzt pass aber auf, was jetzt passiert. Jetzt machen wir nämlich hier mal dieses PLA. Ja. Und das funktioniert alles nach einem gewissen Plan. Machen wir einen hinten dran. Das ist mein göttlicher, blanes Solo-Feeling. Ja. Ja. Aber planee. Eben. Du hast es schon, heißt in die Irre, vom rechten Weg abführen. Genau. Ja. Jetzt ist immer die Sache, planst du oder plan ich? Richtest du nach dem Plan Gottes, richtest du nach dem Plan Gottes oder richtest du nach dem Plan deinen Schwamminhalt. Genau. Ich sage immer, plane nichts mit deinem Schwamminhalt, weil das führt jetzt zu einem großen N und einem Umherschweifen, einer Irrfahrt durch Raum und Zeit. Ja. Das ist übrigens dann das Wort Planeten. Genau. Ah, ja. Die Planeten sind die Umherirrinden. Merkt ihr das? Die Irrsterne. Aha. Plane nichts. Das ist ein Spiegel der Existenzen. Ja. Das sind nur gespiegelte Existenzen. Ja. Das ist jetzt die negative Seite. Ich kann natürlich auch das Rot machen, dann sind das meine Geistesfunken. Mhm. Jetzt denkt man an unseren Detraeder-Spiegel im Zentrum, das kleine Bilderanschauung, ein Licht in einem Detraeder, der sich um sich herum in vier Lichter hochspielt. Genau. Aber die um dich herum, die Lichter, die Geistesfunken am Himmel. Ja. Wir haben wieder Heiljom. Das ist eigentlich immer im Meer. Okay, wir halten das fest. Wir müssen das ja alles verknüpfen. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Salzpunkt. Jetzt kommt nämlich das Dock. Und jetzt passt genau auf. Ich verknüpfe jetzt alles in diesen Videogesprächen, in diesen Selbstgesprächen über mehrere Jahre. Das haben wir gerade auch schon gehabt. Ich denke an die Lebensfrische. Jetzt haben wir den Punkt des Nichts, wo die Wellen des Glas, die Schöpfung von Randzeit drumherum ist. GL ist AS. Ja. Die Welle ist das drumherum. Und in der Mitte haben wir das Nichts, den Punkt. Super. Und das macht Dock. Jetzt haben wir wieder einen neuen Systemzustand. Wir können das immer umdrehen. Wenn du eine Welle aufspeist, schaust du immer nur eine Seite an. Ich sage jetzt, wenn wir jetzt einen Punkt nehmen und den machen wir unendlich klein. Unser All, unsere Implosion entsteht im selben Moment eine gespiegelte Bewegung, dass der Hintergrund von dem Punkt, die Fläche unendlich groß wird. Mhm. Denk auch, was ich mit Wagon gesagt habe. In dem Moment, wo wir unsere materielle Kugel denken, ist die eingebettet von einem nicht materiellen Raum. Und in dem Moment, wo wir jetzt die Leere innen reinmachen, muss außenrum das Material sein, das Gefäß sein, in dem sich dann das Nichts befindet. Mhm. Was ich jetzt dreidimensional darstelle, ist dasselbe mit dem Punkt. Es ist eine Spiegelung. So, und jetzt springen wir rein in den Weißenburg-Vortrag. Da müssen wir hier, Weißenburg, da erkläre ich zuerst ganz kurz was über die Astronomie. Da will ich auch nochmal ganz, es ist zwar zuerst einmal ein griechisches Wort, das gibt es aber auch im Lateinischen. Das will ich auch schnell zeigen. Das ist Astropoulos. Ich mache zuerst das Astro. Mhm. Und interessant, da steht schon mal das Katzenauge. Endpunkt. Ich würde da jetzt nicht reinfahren mit den Katzenaugen, das ist nämlich 93 Grad aufeinander stehende Spiegel, wenn wir die klein machen, wo ich immer unsere Ecke sage, wo wir reinschauen. Ja. Mhm. Ich wollte das nur zeigen, dass wir hier eigentlich schon das Katzenauge stehen haben. So, kommen wir nochmal rein. Mhm. Und Katze, wenn ich das jetzt eigenartig hier hebräisch hinschreibe, und ich mache mal, wie man spricht, Katze. Jetzt mache ich hier eine 100 mit einer 90, das heißt, die Affinität gebührt eine Wahrnehmung. Ja. Die Affinität ist die Geburt einer Wahrnehmung. Du brauchst eine Spiegelung. Das ist jetzt nur das Rot-Blau lesen. Wenn wir das natürlich rot machen, ist es der wirkliche Mensch als Geburtsgeber dieser geistigen Windesens, die er selbst ist. Dann kriegst du zuerst einmal bei Katze das Äußerste, und das ist eine Ecke und ein Ende und ein Endpunkt. Und das ist der Rand. Jetzt wissen wir, Schöpfung mit zwei Bündchen drüber ist aufgespannte Polarität, das scharfe S ist auch ein Sinn. Ja. Dann haben wir die Ecke, müssen wir gar nicht reden, den Endpunkt und den Rand. Land, Sand, Rand, AMD, die Berechnung eines Auf- und Abschwingens, wenn wir das hier preisieren. Ja. Habe ich gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Aber jetzt schauen wir mal, dass ich die Katze... Jetzt gibt es hier natürlich nochmal, das Wort Katze selber schreibt sich nämlich ja so. Da kann man ganz kurz einmal reinspringen. Und dann wirst du feststellen, dass das eine Binde ist. Die Katze eine Schiene und eine Windel. Genau. Jetzt wissen wir, Wind heißt ja Ruach, das heißt auch Geist. Der Geist Gottes und Ruach, blau gelesen, sind die vier Weltgegenden. Mhm. Wichtig. Diese vier Weltgegenden, die schauen wir uns jetzt gleich an. Ich verbinde es jetzt dann alles in eins. Bei Bin ist es so, dass Bin, B-N heißt in mir, ist eine Existenz. Mhm. Wieso? Es ist jetzt nur in hebräischen Buchstaben Bin geschrieben und jetzt kommst du ganz einfach, dass sich jetzt was einschaltet und anfängt zu interpolieren. In dir, Pol, Poli, wir werden jetzt gleich ein Mitzpoli anschauen, wird was eingeschalten und es wird interpoliert. Und zwar ist das, in erster Linie wird das übersetzt im Hebräischen, in der Bibel, dieses Bin mit Zwischen. Meistens, wenn Bin in der Bibel steht, übersetzen die Juden das mit Zwischen. Zwischen heißt immer H-Alp. Z-W, die Geburt, von was doppelt auf gespannten. Jetzt der in zwei, das ist eine Gedankenwelle. Das ist eine Order, eine erweckte Berechnung, geöffnete Berechnung, ein Generieren. Mhm. Und es hat auch Formen eine Form geben. Erst wenn du anfängst, Gedankenwellen zu generieren, bekommt dein Geist eine Form. Mhm. Und Ich ist Gestaltwerdung, das Bestehende, das ist jetzt da, es existiert, es ist vor dir, HND, auf- und abschwingend. Und dieses Ich, das Bestehende, diese bestehende Existenz, jetzt fängst du an zu entschlafen. Das heißt, alt, ich sage immer, lese, alternieren. TR heißt in einer Reihe, in einer Spiegel wahrnehmen, alternieren, alternieren, sein. Aber interessant ist, wir wissen ja, entschlafen heißt, dass die Schlafen auch hört, du glaubst jetzt wach zu sein. Ja. Wenn jemand entschläft, hört er auf zu schlafen. Dann glaubt er wach zu sein. Der Witz ist aber, wir fragen ja nicht, schlafe ich jetzt oder bin ich wach, sondern das eine gibt es ja nicht ohne das andere. Nein. Ja. Was heißt träumen? Träumen heißt, dass du Bewusstsein in deinem eigenen Kopf Welt zu sehen bekommst. Mhm. Und Welt ist B-Rand, der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanken opfern musst, dass der neue Gedanke in dir auftauchen kann. Ja. Es ist wie auf einer klassischen Filmleinwand oder auf deinem Monitor. Du musst jedes Bild opfern, dass du ein neues Bild zu sehen bekommst. Mhm. Aber die Bilder kommen alle aus einer Einheit und tauschen sich nur wie Gedankenwellen aus. Ja. Okay? Mhm. So, das war jetzt Astro. Ich habe ganz, ich spreche wirklich nur an. Immer dran denken. Ich habe jetzt kein Problem hier zwei Tage plus über das Katzenauge zu reden. Dieses A wissen wir ja, dass das A als Vorsilbe gelesen eine Verneinung ist, unter anderem. Mhm. Jetzt wenn ich nur das Astereo, das lasse ich immer was bi, in mir ist Luz. In mir ist das Licht einer aufgespannten Raumzeit, aber das in mir ist der Zirr, der Dreh- und Angelpunkt in Gott. Mhm. 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 Es führt uns dann immer wieder diese, die Zirbeldrüse, die ganzen medizinischen Namen, alles entspricht aus diesem System. Das Stroma, ist die Decke, die geöffnete Ecke. Ja. Die Matrix, die Matrize. Und jetzt sage ich immer noch, dass das O eigentlich O-O ist. Und dann kriegst A-Struo, A-Struo, A-Struo heißt A als Vorsilbe nicht auseinandergeschmitten. Ja. Das ist jetzt, Struo ist ein Schichten, schichtweise üben und nebeneinander legen. Das ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Spiegeltunnel habe, durch schichtweise diese Spiegel gedacht, auseinander gedacht vor mich hinstellen oder wenn ich was überlege, das sind die Oberwellen, Wellen auf Wellen auf Wellen, durch das Übereinander schichten, außer ich mache den Schöpfer davor und dann fällt es in einem Punkt wieder zusammen. Etwas Böses im Spiegel. Bereiten. Okay, das lassen wir jetzt gut sein und jetzt schauen wir mal da rein und ihr werdet jetzt merken, was jetzt passiert. Jetzt kommt diese Offenbarung, das ist jetzt halt so weltlich gesehen, am 23. machen wir auch weg. Das wäre jetzt immer wieder, was passiert da eigentlich? Das ist diese Offenbarung 12, 11 und ein großes Zeitpunkt. Das sparen wir uns. Wenn es dich interessiert, kannst du es im achten Teil nochmal anhören. Ich bin ja, wir wollen jetzt erst einmal hier springen, dass ich dieses Programm erkläre. Wir sind im Moment Mitte. Da im Moment, da muss ich dahinter und da bis jetzt hinfahren. Jetzt pass auf. Mhm. Jetzt erkläre ich ganz kurz das Programm mit den Problemen. So. Das ist jetzt aktuell. Jetzt müssen wir doch nicht wissen, wie das Programm funktioniert. In Wirklichkeit, ich mache zuerst einmal, was ihr seht. Das ist sehr perspektiv. Wir sind jetzt auf einer Wiese und jetzt merkst du hier schon das eben. Das machen wir aus. Jetzt achte, was ich hinten eingeschaltet habe, achte einmal auf diese, auf diesen Dom. Ja. 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 Das ist auf der Seite, das ist Westen. Wenn ich jetzt das so mache. Das ist Westen. Die Sonne, wenn wir nach Westen schauen. Das ist hier. Das wäre jetzt genau, wenn wir hier rausschauen. Und jetzt können wir, wenn wir uns einen Umblick machen. Das heißt, ich verändere jetzt praktisch schlichtweg einfach meinen Blickwinkel. Aber egal, wo ich hinschauen, welche Richtung. Das Bild ist immer im Zentrum in mir drin. Mhm. Ja. Das sind die Zeiten. Das sind die Zeiten. Den Saturn haben wir hier. Süden. Wir können jetzt da ein bisschen weggehen und jetzt kommt zwangläufig. Das ist jetzt interessant, wenn ich das drehe. Stell dir vor, dass der Verabrede auf. Und immer daran denken, ein ausgedachter Bewegter Beobachter und ein ruhender Beobachter. Das sind zwei unterschiedliche Zeitperspektiven. Ich habe das so oft erklärt, was du siehst, hängt zuerst einmal davon ab, ob du dich jetzt als den Ruhenden oder den bewegten Beobachter setzt. Mhm. Jetzt in dem Moment, wo ich das Bild verändere auf dem Monitor. Das heißt, wenn ich von rechts nach links schaue, weiß ich, kann ich mir bewusst machen, dass ich immer exakt bloß auf einen Monitor schaue und durch dieses Verschieben von rechts nach links, durch dieses Verschieben habe ich den Eindruck, dass das Bild sich dreht. Mhm. Dann bin ich nur ruhender Beobachter. Wenn ich jetzt aber vor April auf habe und ich drehe mich selber, habe ich ja das Bild, bleibt das Gleiche. Mhm. Dann meine ich, ich drehe den Kopf. Jetzt weiß ich ja, ich habe den Kopf nicht gedreht, dann musste ich das Bild verschieben, also den Bildinhalt verändern. Mhm. Jetzt ist aber die Darstellung, wie du hier siehst, die Süden, Westen, aber hören wir einfach zu, ich erkläre es ja. Wenn ich nach Süden, Westen und Noten gleichzeitig schaue, ihr merkt, das verschiebt sich jetzt irgendwie. Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Aber was noch viel schlimmer wird, wenn ich jetzt nach oben schaue, was du jetzt siehst, ist Dock. Dock. Ah. Du hast die B-Lumen um dich herum. Das wäre jetzt, wenn ich sage, das ist das Vago, brauchen wir außen drumherum ein Gefäß. In dem Moment habe ich jetzt das Loch, die lebensfrisch in der Mitte, und drumherum wäre jetzt bei uns jetzt auf die Fläche bezogenes Glas. Ja. Wir wissen, G-L heißt aber. Ja. Welle. Welle. Das ist die Schöpfung von Raumzeit. Ja. Lassen wir es weiterlaufen. Das ist das Dock auf der Glasplatte. Aber wir können das ja spiegeln. Und wenn ich nach unten schaue, weil ich auf einer Erdkugel stehe, im Boden schaue, jetzt wenn ich andere Sachen einstellen, weil ich schaue dich direkt in den Boden. Jetzt pass auf, jetzt mache ich eine kleine Hilfe für euch. Wir machen mal hier, wir zoomen uns rein, dass hier nur der Osten ist. Wir schauen jetzt hier in den Osten. Jetzt machen wir so den Blickwinkel eng, dass der nur im Osten ist. Und jetzt tun wir hier ein Gitternetz einschalten. Und jetzt sind wir in der Dome. Wir haben über uns, jetzt wäre jetzt die Erde eine Scheibe, vergesse mal die Kugel, die Erde wäre eine Scheibe. Und über uns, wenn ich jetzt nahe hinfahre, das ist jetzt eine Mauer. Vielleicht kennt einer die Serie so drum. Und wenn du jetzt nach oben schaust, geht... Wow, wie eine Kirchenkuppel, seht ihr das? Das wäre praktisch jetzt hier um dich rum auf einer Wiese stehend. Dein Gesichtsfeld ist ja bloß so... Und wenn wir uns jetzt umzoomen, ist ja das eigentlich nur ein Strich. Das ist das, was du jetzt siehst, das ist dein Gesichtsfeld. Okay. Und wenn du nach oben schaust, sieht es so aus. Und wenn du nach unten schaust, sieht es so aus. Das wäre jetzt die Nulllinie am Äquator. Ich mache das einmal ein bisschen anders. Wenn es sein sollte, mehrere Male anhören. Wir haben jetzt genau genommen, wenn man hinschaut, sind das zweite Dreieck, die gespiegelt übereinander stehen. Das ist ein Dreieck. Und unter uns hast du nochmal ein Dreieck. Das sind jetzt diese Ecken. Inser Turm. Das sind aber genau genommen, sind das alles immer zwei Spiegel, die immer über die Kante biegen. Wenn man mein Spiegeltunnel-Phänomen hat. Wenn ich das mit der Kante mache, Spiegel, die Lämpchen rein stelle und dann Spiegel hin stelle. Wir schauen rein und schauen von innen nach außen. Innern, extern, innern, extern. Für jede dieser Kanten. Da das jetzt aber von einer Sphäre sich befindet, sind die Oberflächen, die jetzt gebogen werden. Alle Fraktore, das siehst du jetzt, wenn du dir das genauer anschaust, sind das alles wieder kleine Kästchen. Soweit man das darstellen kann. Jetzt werde ich natürlich dann sehr, das ist ein Detraeder, wo man die Flächen eigentlich jetzt zu Kugeln aufbauen und so sieht eigentlich die Welt in Wirklichkeit aus. Dann fokussiert sich das alles, zerstreut sich und fokussiert sich in einen Punkt. Das ist jetzt das Beispiel mit den Ecken, wo wir drüber biegen. Es wird auf tausenden von Zeiten genau erklärt, das ist die wirkliche Physik deiner Erde. Das ist eigentlich hier, dass wir im kleinen Spiel zum Beispiel sagen können, dass jetzt hier die Kugel, das war jetzt übrigens ein Neutronen-Atommodell. Adobe hat noch keiner gesehen, sondern ich sage alles, was im Physikbüchern drin steht, wir blasen praktisch bloß an Detraeder auf zu einer Kugel. Das ist eine Wissenschaft für sich selber, weil ich will ja die kleinen Wunder machen. Und jetzt passen wir mal auf, was jetzt passiert. Und jetzt springe ich da mal rein und wir schauen uns hier zwei Bilder an. Den muss ich hier machen. Meine Gäste fungen ihre persönlichen Traumwelten. Ich, ich und du B. So sieht das in der Matrix aus. Ich, der Architekt. Das Ich. Das körperliche Ich. Ich Neo. Das sind die Ichs da drin. Jedes dieser Monitore steht für eigenständiges Traumleben. Ich mich erhebe über die Erde, dann sehe ich irgendwann einmal die Erdkugel und was drumherum. Seid ihr dabei? Ja. Das kann man natürlich rücksichtig schalten. Was ich jetzt gleich vorne wegnehme, was wichtig ist. Was unheimlich wichtig ist. Wie Ich Dick. Ja. Wie Ich JCH. Und jetzt können wir das Dick mit einem Weichen G schreiben. Wichtig. Göttlicher Geist. Das ist ein Immer-Dasein, der göttlicher Geist. Wir können aber das Dick auch mit einem Kopf schreiben. Wir sprechen das bloß hart aus. Und dann wirst du zum Mittelpunkt. Du bist der Mittelpunkt deiner Traumwelt. Mhm. Ja. Das können wir wegmachen. Alle Konstellationen, die ich einstelle. Ich habe das Programm eingeschaltet und solange ich das Programm nicht einschalte, ist das ein Kondinom. Das ist alles, ob das Astrologie oder Astronomie ist, baut auf dem selben Rechner auf. Das sind nur andere Darstellungen. Im Hintergrund ist immer ein Programm. Das, was in dir auftaucht, was du dir ausdenkst, auch deine momentane Vorstellung von einem heliozentrischen Weltbild hängt an von deinem Programm. Es gibt dann das hier. Mhm. Ein Tropfen. Ja. Unsere Nulllinie. Puff. Das sind alles nur Facetten. Wenn man jetzt so gut an uns denkt, dann würde ich jetzt von der Mitte aus sagen, wenn ich jetzt Radix-Horoskop-Zeitpunkt nenne, dann denke ich genau das Bild in der Facette, wo ich mich hindecke. Das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Das denkst du jetzt als Kuchel um dich herum. Mhm. Und du wirst zu dem, wo du dich selber aus dem absoluten Mittelpunkt herausdenkst, setzt du dich zuerst einmal auf die Oberfläche einer Sphäre und dann wirst du einer dieser Größen. Und wenn du jetzt meinst, dass irgendwer, den du dir ausdenkst, diese Eric Wildkers zum Beispiel, du musst einfach nur verstehen, Menschen, Bündnisstrich, trocken aus und ab und nassen beginnen, in dem Moment in dir zu existieren, wo du an einen Menschen denkst. Mhm. In den meisten Fällen ist der Mensch bloß ein Gedanke. Jetzt im Moment ist der Ruder zum Beispiel bloß ein Gedanke. Mhm. Dann kannst du das Pickelmännchen unten in der Ecke anschauen, es bleibt ein Gedanke. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, bloß um zu zeigen, das machen wir jetzt wieder weg, bloß um zu zeigen, wie alles mit allen verknüpft ist. Das heißt, die Art und Weise, wie ich jetzt denke, JCH, ist für dich in den kühlsten Träumen nicht vorstellbar. Und wenn ich mir jetzt anmaße, als Lautsprecher in dem Moment hundertprozentig sicher als Lautsprecher zu dir zu sagen, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelbitz-Kolonie. Dann kannst du das jetzt vielleicht erahnen. Ja. Das kann ziemlich schockieren, aber was dich noch mehr schockieren wird, dass ich dir eigentlich erkläre, dass du ich bist. Und dann wird dir bewusst, wie unendlich viel Wissen du in dir trägst, dass du nie zu sehen bekommst, weil du gar kein Interesse hast, das an die Oberfläche zu holen. Du hast viel, viel Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel den, der du zu sein glaubst, glücklich zu machen und am Leben zu erhalten. Obwohl du doch offensichtlich feststellen solltest, dass das, was du zu sein glaubst, dieser Körper, der jetzt im Moment wieder vor den Computer sitzt, dass der jetzt die meiste Zeit gar nicht da war, wenn du aufmerksam zugehört hast. Ja. Es ist wie wenn du spannend den Roman liest. Wo ist der Leser? Sitzt da die ganze Zeit einer, der Buche in der Hand hält und umblättert? Ja, wenn du an dir wieder denkst, dann ist er natürlich wieder da. Aber ist er da, während du in den Roman versinkst? Ist dein Geist da, wenn du in einen Traum versinkst? Ist dir dann bewusst, dass derjenige, der das erlebt, eigentlich nur ein nicht existieren könnender Geist ist? Und dass jede Existenz, jede Information, die du dir denkst, mit der du konfrontiert wirst, konfrontiert. Einfach zuhören, schon im Deutschen, da brauche ich noch gar nicht ins Hebräische gehen. Du leidest zur Zeit einen, im Front einen Frohendienst. Ja. Das ist das, was ist. Ja. Und der Wachwerte-Prozess, mit Kaufmannsdenken kannst du dir nicht einleiten, sondern mit Einverstand sein, mit Liebe. Ja. Genau. Das sind die ganzen, die Kleinigkeiten. Die Welt spricht zu dir, die Welt ist maßgeschneidert. Wenn du einmal bewusst dich immer wieder versuchst ins Jetzt zu holen, was ist jetzt eigentlich da? Rechnung. Irgendwas, es geht was kaputt. Und dann fühlst du dich schlecht, dann hast du wieder Angst. Dass diese ganzen Gefühle erschafft, dieser zwanghafte Mech animus in dir. Ja. Das Gehirn-Ich, A-N-I, die schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist dein großes blaues Ich. Was ich immer Buch oder Programm nenne, Schwamminhalt nenne. Ja. Und dieses Programm, dieser Schwamminhalt, ist, wie gesagt, das jetzige Leben, das du durchlebst, ist eine Führerschein-Prüfungs-Bogenwelt. Denk wieder an den Bogen. Ja. Und an den Schein. Das, was vor dir aufspannt, ist immer die Kleinigkeiten in der Sprache. Ich nehme eine Ecke und ich SDR-Ecke, SDR das Geheimnis und Widerlegen. Ich strecke die Ecke und mache daraus einen SD-Ecken. SD, eine raumzeitliche Spiegelung in Ecken. Das, was wir in der Sphäre hier als kleine Quadrate gesehen haben. Auf einem nicht-euklidischen Raum sind genau genommen eigentlich immer dieses Umnicken, dieses Umnicken und das ist jetzt schon hier, jetzt haben wir schon den Pythagoras. Ja. Interessant ist die Diagonale. Diagone. Diagonal, Gone ist die Ecke und dir die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung in einer Gone, in einer Ecke. In der Diagonale, die wird auseinandergeschmissen. Ja. Üben ein dreidimensional nach Dreieck und drüben ein Dreieck. Ja. Es ist wirklich sehr genau. Du wirst, wenn du das immer wieder wiederholst, plötzlich werde ich dir dieses Heurika geben. Mhm. Es sind vielen Stellen. Es geht nur mit einer engen Geduld und mit Wiederholung. Das heißt, es ist erst einmal wichtig, dass du unendlich viel Zeit dafür hast. Was aber nichts mit chronologischer Zeit zu tun hat. Ich weiß nicht, wie viele tausendmal auf Selbstgesprächen ich hier meine Helmut-Geschichte erwähne. Wie lange dauert das bei mir noch, bis ich das verstehe? Und ich wiederhole das nochmal. Ich sage jetzt zu dir, Geist, der du mich sprechen hörst. Nicht einmal Gott kann dir das sagen. Nicht, weil er es nicht wüsste. Genau genommen weiß er das auch gar nicht in einer Selbstvergessenheit. Er hat dir nämlich die Freiheit gegeben, das selbstbestimmen zu dürfen, wann das bei dir so weit ist. Die Selbstbestimmung. Was er aber 100% er, ich rede jetzt von mir in einer dritten Person. Was er aber hundertprozentig weiß, dass du das nie erleben wirst, solange du noch glaubst, dass das irgendwann morgen, übermorgen und in der Zukunft passiert. Dann hast du nämlich das ewige hier und jetzt noch nicht verstanden. Wenn es passiert, passiert es jetzt. Das Verstehen muss jeden Moment passieren, weil das immer eine Ehe-Existenz ist zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Und eine kleine Ehe ist zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Sobald ich mir die Welle denke, muss noch mal eine gespiegelte Welle da sein. Wellen entspringen aus dem Einheitskreis. Dann haben wir zuerst einmal eine Transfasal, die Plus-Minus-Achse. Und wir haben dann nochmal eine Qualitäts-Achse mit Plus-Minus. Das sind die vier Phasen, den C hoch 4 in der Einstein-Form. Jetzt werden die Physikbücher interessant, jetzt werden auch die ganzen mythologischen Bücher, die Märchengeschichten interessant, wenn du die Vordersprache verstehst. Genau. Ein Prozess des Reifens beginnt in deinem jetzigen Leben schlichtweg und einfach zu begreifen, ich bin etwas anderes wie ein Gedanke von mir. Ich bin immer, ich bin rot geschrieben in der Esoterik, rot geschrieben, etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann. Dien gehe als das Gesetz Gottes, das Gesetz des Geistes. Sobald etwas existiert, ist es immer noch eine winzige Facette aus diesen Gesetzen. Und das Chat-Denken, das ich immer anspreche, was wir auch Chit-Denken, das lebendige Denken nennen können, muss man jetzt wieder Chit, was bedeutet das Wort Chit, Chit geschrieben. Das sind so viele Ausspracheregeln in verschiedenen Systemen, die man alle vereinigen muss. Und das zu meinen, du kannst das lernen, so wie du eine Fremdsprache lernst, das ist ja alles schon im Gedanke. Der Trick läuft ganz anders ab. Genau. Solange du Lernen folgendermaßen definierst, unabhängig von mir da außen existiert Wissen, in Büchern, in den Köpfen anderer Menschen, in Bibliotheken und ich muss dieses Wissen von außen in mich hinein schaufeln, dass ich das weiß, bekommst du einen riesengroßen Fehler. Fehler. Der Fehler ist das Wissen, das du dir ausdenkst, weil du meinst, das fehlt in dir. Wir trennen jetzt das rum, das ganze Wissen ist in dir drin. Die absolute göttliche Weisheit ist in dir drin, weil ich in dir drin bin. Und du musst es eigentlich, wenn du sehen willst die Facetten, musst du dir die einfach nur ausdenken. Darum sage ich, egal welcher Mensch jetzt in deinem Traum auftaucht, welcher Untergrund ist, wenn du ein träumender Geist bist, egal was der dir erzählt, er entsteht in dem Moment, wo du in deinem Traum ihn träumst und er wird dir genau das erzählen, was du träumst, weil das Wissen und der Mensch, dieser Trockennasenaufel aus dir selbst kommt. Ja. Und er befindet sich nur in dir, in deinem darstellenden Bewusstsein. Da ist die Elblen. Das ist das neue Weltbild. Das kann nur der verstehen, der Geist ist. Geist kann nur von Geist verstanden werden und du bist Geist und würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Und wenn jetzt die Helene, die du dir ausdenkst, die Ariane, die du dir ausdenkst, fragst über Skype, hörst du den Udo auch sprechen? Das ist eigentlich relativ Blödsinn, weil du ein Pixelmännchen und ein Monitorbild fragst, ob das hört. Aber was jetzt dann die Ariane antworten wird in normalen Gesprächen, bestimmt auch dein Glaube. Ich gehe mal davon aus, solange du noch vollkommen normal bist, ist es für dich vollkommen logisch, dass die dann schaut und sagt, was ist das für eine blöde Frage, selbstverständlich höre ich dich auch sprechen. Probier das einmal aus in deiner Realität als Brösel unter Brösel. Und darum sage ich, es ist keine Kommunikation mit normalen Menschen mehr möglich. Außer es ist wirklich Neugier da. Die Menschen, die mit etwas konfrontiert werden, wo sie noch nie gehört haben und was ihrer Logik vollkommen widerspricht und die dann sagen, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Das ist der erste Ansatz. Die kindliche Neugier, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, das bedeutet das. Wie ein Kind, das auch alles im Mund nehmen will, das selbst in die Hundekacke reinlangt und versucht, die Hundekacke in den Mund zu nehmen. Eins machen, sich mit allem, was ausgedacht ist, wieder eins machen wollen. Was genau genommen gar nicht da außen ist, sondern nur halb außen und halb innen. Was immer in dem Mittelpunkt befindet, der Mann selbst ist. So, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Lassen wir es nicht zu lang. Jetzt werden wir natürlich das erste Mal konfrontieren, weil ich kann immer wieder bloß sagen, wenn du dir jetzt zugänglichen Holofeeling Selbstgespräche gibst, das ist ein Meer von Selbstgesprächen und noch mehr an Schriften. Ja. Und ich sage immer nur, hab keine Angst, es ist schon in dir drin. Du musst es nicht rein schaffen. Ich habe meine Möglichkeiten, dass du aufwachst und du hast das alles komplett bewusst greifbar. Aber du musst mir deinen Willen zeigen, deine Liebe zeigen. Es geht hier ums Lieben. Können wir die banalen Liedchen, wenn ich die mal rein stelle, wenn wir uns die Texte genauer anschauen, wo ist die Vordersprache, mit der hältst du alles. Ja. Du musst aber die Beweglichkeit haben, dass egal, einfach eine feine Antenne, wenn du dich selber beobachtest, deine, dir eigenen, zur Zeit einzigartigen Wertungen bewusst machen. Und ich sage, und dann drehe das immer um die Bewusstwerdung, drehe das um 180 Grad. Das ist ja toll. Jetzt könnte ich wieder Schnipp sagen, und wenn du jetzt zum Beispiel das Ariane-Programm in dir laufen hast, war jetzt die ganze Zeit hier diese Strahlenlampe und das Schränkchen hinter dir. Und ich sage jetzt wieder Schnipp, mein altes Beispiel, jetzt denk an deine Beine und wackel mit den Z-Ehen, mit den Zehen in den Füßen. Wackel mit den Zehen an den Füßen. Wo waren diese Beine und die Zehen jetzt die ganze Zeit, bevor ich das nicht angesprochen habe? Die haben hundertprozentig sicher nicht existiert. Und jetzt schau in dich rein, ist das in dir schon installiert oder erscheint es dir nur logisch, weil du jetzt den Gedankengang mitgehst? Mir wäre es eigentlich schon, für mich wäre es schon zufriedenstellend, wenn du so weit gehst, dass dir das jetzt logisch erscheint. Als tiefgläubiger Materialist, der wehrt sich massiv dagegen, der sagt zu einem Blödsinn, selbstverständlich sind meine Beine und mein Körper auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Und ich sage, solange einer nicht erkennt, ich kann jetzt immer nur sagen, das muss ein Geistesfunk sein. Eine KI wird es nie erkennen. Eine Figur in einem Traum wird es niemals erkennen, außer sie hat Verbindung mit dem Geist, der sich diese Figur ausdenkt, egal an wen gedacht wird. Ob er an sich selber denkt, der Geist, oder an einen anderen denkt. Wenn da Neugier da ist bei einer anderen Figur, bei einem Antagonisten, dann ist zumindest ein Hauch von Geist in diesem kleinen Zentrum mit drin. Das ist, wenn ich von Geist rede, dann rede ich von ganz was anderem, wenn Materialisten davon denken. Weil die dich bei Geist wie beim Gott was vorstellen. Diese Diskussionen, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Da sind wir so oft drauf eingegangen. Es ist einfach nur die Frage, gibt es eigentlich einen Gedanken oder gibt es den nicht? Ich sage selbstverständlich, gibt es den Gedanken, wenn du ihn denkst? Genau. Weil ich immer wieder darauf hinweise, egal welche Information du jetzt zu sehen bekommst, Ehe ist wieder eins machen. Wir können ja die Information Information nennen, wir können ja die Information Gedanke nennen. Wir können ja das auch präzisieren, dass ich sage, mein Körper. Jesus, Einstein, Berlin, München. Das sind doch alles jetzt Gedanken. Ja. Ja. Es kann natürlich auch eine sinnlich wahrgenommene Information sein. Dann wirst du nur mal sagen, es ist ein Gedanke. Aber es ist genauso eine Information wie ein Gedanke. Sonst würdest du sie ja nicht sehen können. Jetzt ist bloß die Frage, ist es bei der See immer noch der Adam, Segevene Kaba, Denker und ausgedachtes Beides. Der, der jetzt schaut und der seine eigenen Informationen anschaut, These und Antithese, ist beides noch was ausgedachtes. Ja. Und jetzt kommt die Synthese, das fällt jetzt zusammen, da muss ja einer da sein, der sich diese Welle, den Denker und seine Information ausdeckt. Und nach der Triadenlehre von Hegel, HGL, wie eine Welle, ist der auf der anderen Ebene, diese Synthese, die wir uns jetzt ausdenken, im selben Moment wieder eine These für eine neue Antithese. Ja. Darum sage ich, wenn du dir jetzt den Gedankengang mitgehst, ist der, dem bewusst wird, Mensch, ich denke mir den Denker und das Ausgedachte aus. Ich könnte auch sagen, ich denke mir das Immerseinde, Ewige und das ständig Vergängliche aus. Es ist deshalb ein Unbewusstsein, dass wenn du selbst, wenn dir jetzt bewusst wird, dass du ja derjenige bist, der sich das Ewige ausdenkt, ist dir noch nicht bewusst, dass dieses Ewige, das du denkst, nicht Ewig ist, sondern nur, weil du dir es jetzt denkst. Das ist eigentlich ein unbewusstes Bewusstsein und dann brauchen wir hier ein bewusstes Bewusstsein als These an die These, dem das jetzt bewusst wird, dass er mit seiner unbewussten Bewusstseinshälfte immer noch meint, er hat mit dem, was er sich denkt, nichts zu tun. Und dann fahren wir noch mal in eine neuere These rum, das ist die Hügel'sche Triadenlehre. Mhm. Die Dialektik. Lichteck. Dick. Hat man doch gerade schon. Auseinandergeschmissenes Lichteck im Mittelpunkt. Das führt uns zur Kameropskura. Mhm. Das ist die Physik der neuen Welt. Ja. Die derjenige betreten wird, der Geistesfunk, der wach wird. Und dann ist alles ganz anders, das ist wie bei uns ein Ebenenwechsel. Wenn du die Matrix deiner Mutter, Mäder, Matrix, griechisch, kann man alles nachlesen in den Ohrenbauerungen, verlässt, den Bauch, das Innere, ist übrigens GW, Geist verdoppelt aufgespannt und kommst in deine Trauma-Welt, in die Traumschöpfung, in die Trauma-Welt, das ist eine einzige, das auseinander geht, das ist eine einzige Wunde. Mhm. Mhm. Wund R. Mhm. Das sind die Wunder. Es ist schon, ist Wunde was Schlechtes. Ich sag immer wieder, dieses Unglück, das jetzt hier widerfährt, UN ist eine aufgespannte Existenz, ist dein Glück. Glück beginnt wieder mit G, das ist die Welle. Ja. Ja. Und jetzt plötzlich klingt mir Verlust, Angst, oder Freude, Verlust, Freude, weil das VR, die Vorsehebe verbinden und verdrennen, wieder zwei Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Wenn ich mich mit der Lust verbinde, oder verstreue ich die Lust? Mhm. Ja. Und da wir ja wissen, aber das wird jetzt zu weit führen, und dieses Spiel immer spiegeln, weg von der Einseitigkeit, indem du das vervollkommnest. Ja. Ein Zustand klingt, dass du anfängst, dich für das zu interessieren, was bisher deine Feinde war. Hab ich so oft erklärt. Feind, rein symbolisch, das Ra. Ja. Ja. 270 geschrieben, heißt ja auch der Hütte und der Freund. Ja. Wir brauchen einen positiven Neckern, das Schlechte, Schindel echt, das logische Licht, das du zur Zeit denkst, formst durch deine Logik. Ja. Schindel echt, das logische Licht erscheint dir echt. Echt. Es ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Vor allem, wenn man mit einer extrem fehlerhaften Logik arbeitet, die nur Einseitigkeiten anstrebt. Mhm. Und du strebst bis dato nur Einseitigkeiten an. Dir geht es nur darum, dass du dir dessen bewusst wirst. Und dass du, wie ich das Beispiel zieht, auch mit dem Baselstückchen. Ja. Dass das, was du siehst, diese Einseitigkeiten, diese Formwerdung im Braum immer ein Gegenstück. Ja. Darum haben wir ja auch eine Matrize von Mäder, von der Matrix, von der Mutter und eine Patrizze. Ein Prägestempel. Ja. Du kannst es immer spiegeln. Alles kannst du spiegeln. Mhm. 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 Dazu brauchen wir aber dann eine Bettschaft. Ein Siegel. Mhm. Ein göttliches Siegel. Mhm. Wie sagt Udo immer so schön, wenn es hart auf hart kommt, keine Angst, ich werde dich nicht töten, ich werde dich nur zeichnen. Mhm. Jetzt lassen wir es gut sein. Mhm. Jetzt spielen wir noch eine Runde Mensch miteinander. Mehr oder weniger. Mhm. Meistens weniger, bis man dann selber das mehr wird. Ja. 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 Ja.